Jo, willkommen zurück. Guten Tag und ja, hier ist es gerade kritisch. Er kommt jetzt locker hier hoch, ne? Jawohl, danke dafür. Die gehen da lang, das heißt, denen lücke ich erstmal eine rein. Ah, nein, Mist. Die haben uns gesehen. Jetzt muss ich alle, alle wegholen hier, oder was? Ja, leise ging es ja nicht. Wo ist hier ein Feind mit schweren Waffen? Ich sehe nur einen Scharfschütze. Oh, weg, weg. Granate, Granate. Schnell weg. Das Gute ist, dass meine Waffen mit einem Schuss alle erledigt. So, und weiter, weiter, weiter. Hier sind alle weg. Hätten wir nur Granate schmeißen können, oder so. Ich bin gespannt, wie die Story jetzt weitergeht. Hier entlang. Ganz ruhig, dann bemerken Sie es nicht. Ist aber ähnlich. Es ist ähnlich wie bei, ähm, Star Wars The Force Unleashed, oder, oder so, oder Star Wars The Force, was auch immer. Das ist ja auch ziemlich ähnlich, dass wir erst schön dem Darth Vader folgen. Ja, ist okay. Erst der Vader folgen und dann ins Gegend wenden. Jetzt einen AT-AT. Dann mal los. Halt, halt. Vorbeilassen. Ich hoffe, der AT-AT schießt nicht auf uns. So, schön an beiden weggeholt. Ach, hier sind auch noch welche. Na, moin. Alles klar? Nein, wir sind tot. Was ne Kacke. Was für ne Scheiße. Ich hab den nicht richtig bekommen. Hier kommt der nochmal. Okay, komm, wir können hier unten starten. Das ist gut. So, dann passen wir schon mal weg. Da müssen wir hoch, ne? Jawohl. So, hier sind zwei. Schon mal weniger. Da oben ist noch einer. Gut, der ist auch weg. Der ist auch weg. Oh, hier oben ist der ganze Meute. Och, Null. Was ist das denn, Alter? Was für ne Kacke. Da war so ne Scheiß-Bombe, wo ich reingelaufen bin. Na gut. Dann nehm ich mir hier mal so einen Granatenwerfer. Vielleicht klappt das besser. Haben die uns schon gesehen? Ja, direkt. Das hat überhaupt nichts gebracht. Hier, kommt noch hoch. Dankeschön. So, der ist auch weg. Das jetzt mal alles schön nach vorne kommt. Jetzt sind es nur noch da oben. Also laut meinem Ding sind nur noch zwei da. Okay, nein. Sind direkt viel mehr geworden. Muss es gar nicht abkühlen. So, der ist auch weg. Da ist noch einer. Erst mal ein paar Kugeln. Ist der tot? Oh, nein. Hier ist nicht gerade. Da wollen wir noch schön 100 leben. Und wir können einfach scannen. Super nachgegen. Das war's doch, ne? Jetzt ist hier oben noch einer. Oh, ne. Hier kommen noch ganz viele. Mann, Mist. Boah, sind das viele, Alter. F2, komm. Die Frage ist. Wo ist der schwere Schütze? Steh auf. Zeig dich. Wir haben hier alle die gleiche Stimme wie Käpt'n Fassmann. Hier müssen wir hoch. Da ist der Kampfläufer. Die Kanonen sind stark, um die Flughaffeet fertig zu machen. Die vier haben wir da fertig. Genau. Und wenn wir die Zielschüssel zerstören, deaktivieren wir die Flughaffeer im Sektor. So, und? Kapern. Jawohl. Das hat schon mal geklappt. Hey, wir haben wieder Imperial Funk. Geben Sie mir die Corvus. Commander. Ihre Zivilisten sind jetzt hier beim Schiff. Gut. Die Corvus abriegeln. Hask wird Truppen schicken, um die Corvette einzunehmen. Ja, Commander. Ich bin dabei. Was Sie auch sagen. Vorsicht in dem Sturm. LTS-T. Okay, wer ist jetzt diese Frauenstimme? Die hier mit am Reden ist. Weil da oben sind die... Von wo kommt denn der Granatenwerfer? Drückt uns halt gefühlt gar nichts. Aber... muss trotzdem eliminiert werden. Ich kann wirklich nicht fassen, wie weit es der Admiral treibt. Er befolgt seine Befehle. Seine Befehle sind Müll. Unsere auch. Wir müssen die Zivilisten von Vardos wegkennen. Gern die Granaten werfen. Und was dann? Erstmal verlassen wir das imperiale Gebiet. Dann überlegen wir uns einen Plan. Viel leben, ne? Die Frage ist, wo muss ich hin? Hier unten sind noch ein paar Klone. Mal gucken. Sturmtruppler. Die drücken schon ein bisschen Schaden her. Unsere Freunde. Hier ist noch eine ATS-T. Komm, zack. Direkt zwischen die Augen. Hier oben. Ne, da unten. Da, rechts, rechts, rechts. Da ist alle. Hier oben ist noch was zum Zerstören. Fuck, hab ich getroffen. Okay, doch. Super, jetzt den noch. Das wäre ganz schön scheiße, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Dann gehen wir direkt mal runter. Jawohl, ein Schuss. Weg ist er. Ah, wir haben nur noch die Hälfte daneben. Aber das schießt doch so langsam. Und diese ganzen Tone auf dem Boden, die sieht man gar nicht. Hier ist noch einer. Oh, ich bin jetzt noch einer. So, das Ding ist kaputt. Da, die Hauptzielschüssel. Wenn wir sie zerstören, sind alle Geschütze im Sektor deaktiviert. Da kommen wir erstmal jetzt komplett draufzielen. Schön mittig. Jawohl, die ist weg. Super. Wo ist die Korbis? Nein, komm, ich treffe den nicht. Fuck, Alter. Da vorne. Komm. Die holen wir uns direkt. Ich weiß nicht, wo dieser, dieses Schiff, oder wie weit das noch zu diesem Schiff ist. Aber nicht mehr viel leben. Oh, nee, nochmal einer. Alter, nee. Fuck. Wie soll das jetzt das werden? Wir haben viel weniger Leben als der. Geht, der kriegt. Da fehlt viel mehr was. Geht. Super, der ist weg. Und die Mauer ist auch kaputt. Es läuft, es läuft echt gut. Wir haben es fast geschafft. Gute Arbeit, Vomade. Schön. Es läuft. Also, dass es nicht kaputt ist, wenn man so einen richtig dicken Schuss hat bekommt. Jetzt, äh. Damit ich zielt, dann geht das. Okay, 4.000. Ja, ja, komm. Warum kann ich einfach aussteigend dahin laufen? Nein. Aiden, über uns! Ach, nee. Okay, jetzt zu Fuß weiter. Aussteigen hat doch geklappt. Da kommen wir aber schon einfach mal durch. Nur so ein paar. Ach, nö. Immer diese Sequenzen, wo man warten muss. Und nämlich Leute töten. So. Wo ist denn der hingefallen? Der ist einfach durch die Map gefallen gerade, ja, der Typ. Oh, fuck. Das ist ja viel Leben. Mann, schon wieder gestorben, Alter. Wie oft? Wie oft noch? Mann, Alter. Ich könnte ausrasten. Das glaubst du nicht. Okay. Ähm. Ähm. Sind wir direkt da. Viel, äh, ne viel bessere Position, wenn wir jetzt bekommen. Und hier ist natürlich ein schöner Granatenwerfer. Die kann ich natürlich gebrauchen. Wo ist der Kampfläufer? Da vorne. Nein, als ob. Ich brauche einen Raketenwerfer. Was, ob die jetzt mit Kampfläufern kommen. Was soll denn das? Die Frage ist, wie soll ich den denn holen? Klingt ja nichts. Eine Schüssel. Ich glaub, wir, bin gespannt, ob, wenn wir jetzt hier, was sie fertig haben, ob wir dann mit Aiden und Dell, was ist das denn, eine Blendkanate? Ob wir dann mit Aiden und Dell, ähm, zu dem Widerstand gehen. Ja, keine Ahnung, wie ich den jetzt zerstören soll. Ich hab keine Waffen dafür. Ich muss eine Shotgun, ja. Komm. Hier oben ist auch nichts, ne? Ist ja irgendwie eine Granatenwerfer drin. Also ist auch nur so. Was ist das hier? Ich muss ja kurz aufpassen, dass ich mich ein bisschen hochreile. So, jetzt ist eben gerade wahrscheinlich schon wieder ein bisschen kritisch. So, jetzt, wie kriege ich das Teil kaputt? Wer hat denn den jetzt kaputt gemacht? Die Sorge für Ablehnung. Die dahinten fliegt eins weg. Na komm, rein. Einfach rein. Einfach rein. Der ist tot. Der ist angeschossen. Das sieht echt schon heftig aus, ne? Ja, nee. Mein Glückwunsch, Commander Hask.